So, heute fange ich mal an, mein Büro hier einzurichten. Es war ein bisschen zu spät, aber zu spät ist immer am Anfang, von daher ist alles gut. Es wird ein bisschen aufgearbeitet sein, aber abhängig ist das alles von den Steckern, wo meine ganzen Datentour transportiert werden. Das wird ein super Willa. Schussi mit Musik. So, meine Freunde, die Tischplatte steht schon, äh, da steht das Enkrist. Ja, das klingt jetzt flott, aber ein Leben ohne Müll gibt es nicht. Aber auch wenn wir unseren Willen ordnungsgemäß entsorgen, das hat ja alles kein Thema, ne? So, jetzt habe ich an Themen, Teile hier liegen, überall, die ich machen muss, wird werden. Wir gehen weiter, weiter, auf jeden Fall. Es wird. Wir gehen weiter, weiter, auf jeden Fall. Wir gehen weiter, weiter, auf jeden Fall. Das ist nicht nur 24 Jahre lang, tausend Schrauben und tausend Teile. Und alles, was zusammengesetzt wird, auf Maßarbeit ist. Da brauchst du... Das ist schon nicht ewig, aber du kriegst ja mehr. Du brauchst doch nicht, jetzt sind sie auch noch Tüte voll Schrauben. Du brauchst doch nicht, jetzt sind sie auch noch Tüte voll Schrauben. Das war alles sonst. Ich bin fast fertig, so muss ich schon bleiben. Ich komme später. So. Dann versuchen wir jetzt zurück. Und jetzt. Ach, jetzt. Einmal hier rein. So geht ein bisschen drauf. Ach, das wird. Ich habe die Scheiße überschrieben. Und jetzt gerade. So geht's. So geht's. So geht's. Später. So geht's. 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 So geht's.